Ja, wo du denkst, fahr mal los, ne? Soll schon schief gehen. Ah, ich hab ja gar keine Panzerung. Ich bin nach einem Pups, bin ich ja tot. Jetzt nur darum ging ich irgendwie Zeitdruck, ne? Weil da jetzt irgendwie von hinten irgendeine Scheiße kommt. Eine Laserbarriere oder so. Wäre okay. Aber ich hab's ja beim ersten Versuch gesehen. Ich hab einfach nur ne... Ich muss den anderen Roboter irgendwie loswerden. Und da kommt natürlich ne Laserbarriere von vorne auf ihn zu. Und der fährt dann ja auch nicht weg oder so. Da denk ich einfach, ach ne. Das bestimmt wohl irgendwie, keine Ahnung, ne? Für die Ausleuchtung ist gut für die Augen. Ich mein, es dauert pro Versuch jetzt immer nur, keine Ahnung, zwei Minuten, zweieinhalb Minuten, aber trotzdem nervt das, echt. Und da versteh ich nicht, wie... Also, das ist halt wieder so ne Sache. Ich glaub, vielleicht bin ich auch alleine mit dieser Meinung, ne? Aber ey, guck, wir haben hier wie viel Level jetzt gespielt? Acht, neun Level, ne? Die alle so zwischen 10 und 15 Minuten vielleicht... Oder zwischen 5 und 15 Minuten gingen. Und das, das Level hier, das kommt mir schon echt extrem lang vor. Also, wenn, wenn ich überhaupt 15 Minuten waren, ne? Ich glaub, die waren noch nicht mal zu lang. Ich nehm jetzt seit, ja, ungefähr zwei Stunden auf in Summe. Zwei, ein Viertel Stunden. Und bin jetzt im Level, keine Ahnung, 10. So. Plus Anfangsblabla und so ein Gelöd, ne? Natürlich. Was hast du jetzt da grad anfrieren wollen? Ja, das mein ich halt. Was, was, was zum Teufel soll ich da tun? Also. Ja, gut. Ist ein bisschen trein, der Oma jetzt. Ich versteh's trotzdem nicht. Also ich hab's, ich hab da jetzt so ne, so ne kleine Idee. Ähm. Dass man den einfach auslässt, zum Beispiel. Nö? Ist ja auch vielleicht ne Möglichkeit. Weil ich kann nicht zuerst nach hinten gehen und dann wieder nach vorne, weil das dauert einfach zu lang. Und damit komm ich zeitlich leider nicht hin. Ach komm, verpiss dich, Frohsohn. Ich glaub, wie du auch einfach nur im Gesicht stehst, quasi, ne? Okay. So. Gut. Achso, genau. Wir haben jetzt erstmal wieder er hier. Dann haben wir die zweite. Aber das ist... Warum muss man das denn immer wieder neu machen? Warum fang ich nicht einfach bei der dritten Stufe schon wieder an? Echt. Wofür, wofür zeigen die mir das jetzt hier? Dass ich weiß, wie ich weiterkomme? Oder was wollen die mir damit sagen? Ich hab mir gedacht, vielleicht könnte ich diese eine Wand, die ich ja eigentlich sonst immer zerstöre, auch irgendwie wieder fallen lassen oder so. Und damit die Laserbarriere dort, äh, zu Ende ist. Aber ist ja auch nicht der Fall. Mein Gott, wieso? Du standst eine Viertelstunde davor und es war kein Problem. Ja, das, das muss ich so machen. Keine Ahnung. Okay. Dann lass ich die mir jetzt erstmal außen vor. Okay. Ja, dann... Ich weiß nicht, was ich tun soll. Weil das, äh... Kann ich das nochmal aktivieren vielleicht? Was ich jetzt aber auch nicht verstehe... Hä? Ich verstehe es wirklich nicht. Ich komme hier nicht weiter. Ich komme hier wirklich nicht weiter. Warum lässt du mich denn alles nochmal machen, ey? Mann! Ey, das ist doch richtig das Problem, dass ich nicht weiß, was man hier machen kann. So einfach nur, dass ich nicht weiß, was ich da machen muss. Weil ich einen Vollspacken da unten mit rumrennen habe. Wäre der wenigstens süß wäre, der Roboter, ne? Ah nein, der ist einfach nur scheiße. Und der hat auch eine Synchronstimme, die ist nicht nett. Auch wenn du rumpiepst, das macht es nicht besser. Das macht es nicht... Hör auf rumzupiepen! Ach, komm. Mach! Das dauert auch immer so lange, bis der diese scheiß Wand hochhebt. Warum? Soll ich mir jetzt irgendeinen Realismus jetzt vorgaukeln oder was? Oder eine Authentizität? So, boah, das ist wirklich eine schwere Wand. Äh, ehrlich, ich bin so ein Knopf, du machst einfach... Fumm, Wand ist um. Aber erst mal denkt man sich so, oh, schön, Animationsphase. Aber spätestens beim dritten Mal denkt man sich, boah, mach ich hin. Gleich mal kurz vor. Oh, genau das gleiche Prinzip. So kann ich vielleicht alleine schon mal weitergehen. Nein, das funktioniert so nicht. Da, guck mal, das sind auch so so diese... Diese Dinger hier unten, ne? Die Steine da, wo der Stahlträger drin hängt. Das muss doch irgendwas damit zusammenhängen. Oder? In irgendeiner Form. Die zerbrechen jetzt. Die zerbrechen nicht. Und zerbrechen die nicht. Ja, aber nicht schön. Oh, jetzt sollten wir jetzt verjahren. Oh, komm, komm. Oh, schon bin ich 36, 37, 38. Ah. Ah, fast 40 geworden. Boah, das nervt so, das nervt so, das nervt so, das nervt so. Oh Gott, ich weiß nicht, was ich tun soll. Und das ist halt das Schlimmste. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß nicht, warum der eine gerade sich kaputt gegangen ist, um ehrlich zu sein. Ne, ich mein, ich hab's ja hinterher so gemacht, wie ich das Spiel es eigentlich haben wollte. Ah. Deine Mutter. So. Fub. Ratzel, datzel, datzel, datzel. Aha. Das ist, das ist okay. Okay, 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 okay. Wie geil ist das denn? Äh. Habt ihr gesehen, was da gerade passiert ist? Die Laserbarriere hat einfach aufgehört, sich zu bewegen. Das war, glaube ich, ein Fehler vom Spiel. Die sollte gar nicht so weit gehen. Bei meinem ersten Versuch. Alter, wie dumm ist das denn? Pah. Okay. Weißt du, was spielt? Fick dich. Ohne Witz. Du kannst dich doch am Arsch lecken. Deswegen hänge ich jetzt hier seit zwölf Minuten und mache die ganze Zeit die gleiche Scheiße. Um festzustellen, dass es gar nicht mein Fehler war. Äh. Ah, sind wir jetzt zusammen? Ich möchte dich nicht im Kampf beschützen müssen. Das kannst du mir bitte wirklich ersparen, okay? Ah, nein. Ja, hau ab. Ja, geh. Komm. Pst. 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 Die wollen dich nicht mehr. Wir haben dich sicher und funktionsbereit durchgebracht. Dafür. Dafür. Wir haben eine Ambition zum Zuberschocken. Ich möchte einfach allein hierbleiben. Du wolltest uns erzählen, wie man den Korrumpierer aufhält. Befreien nur die Wissenschaftler und Installateure, die ihr dort oben gefangen habt. Ohne ihre Wartungsarbeiten und den Druck, wird er korrumpieren. Wird er was? Explodieren? Er befindet sich direkt unter der Stadt. Er wird nicht explodieren. Er wird einfach den Betrieb einstellen. Vielleicht werden ein paar Ruhe bersten. Ich schätze, es gibt wenigstens neun kleinere Explosionen. Aber der Tunnelgräber wird dann nicht mehr weiter wissen. Befreie die Gefangenen und eure Welt ist sicher. Zumindest bis zum nächsten Schlag des Tunnelgräbers. Klar? Klar. Okay, wenn das jetzt natürlich in Anführungsstrichen nur noch zwei Bosse sind, dann überlege ich mir jetzt vielleicht doch noch, ob ich nicht noch weiterspielen soll. Alles klar, das war jetzt wirklich erbärmlich, oder? Also was wir da jetzt am Ende gemacht haben, ne? Und Schaden durch Ausweichen. Wie mache ich Schaden durch Ausweichen? Kann was jemand erklären? Habe ich nicht so ganz verstanden. Vom Gegner besiegt? Vier? Bin noch nicht gestorben, oder? Doch, ja, okay. Unvollständig? Alter, ich habe die ganze Zeit mit Mr. Incredible nichts anderes gemacht, als das Level zu spielen. Das ist echt hart. Das ist echt hart. Ich habe doch kein einziges Mal gewechselt, oder? Ja, ich habe es halt so oft, äh... Ja, umgehauen. Und der unten, klar, das Unbesieg ist halt nur wegen dem Ende gewesen. Das ist so erbärmlich, wirklich. Oh, das Level dann immer wieder machen. Der Korrumpierer. So, weil wenn das jetzt wirklich ein Boss ist... Und das nächste Level ist ja eigentlich dann so gesehen, da der auch nochmal ein Boss... Na, komm, wir gucken zumindest nochmal rein, würde ich vorschlagen, oder? Wir haben jetzt auch gerade mal halb zehn, man hört die Kirchenglocken vielleicht draußen. Auch wenn die Oberwelt noch nicht dunkel ist, und die Ankunft der Robotami sich verzögern, könnten einige Oberwässler das als ein Zeichen werden und versuchen, sich zu wehren. Aber wenn die Messgeräte maximalen Druck anzeigen, wird der Korrumpierer die Sonne verdunkeln. Der Tunnel-Näver wird sich erheben und sie alle unterdrücken! So, ich konnte nie an, das tut mir leid. Das musste jetzt sein. Aufs Maul, franzengeballer! Zumindest mal kurz reinschauen, ne? Das darf man ja mal. Also sieht jetzt auf jeden Fall am Anfang erstmal nicht wie ein, wie ein, äh, Boss-Level aus. Kann man sich ja hier irgendwie mal die Ziele schon mal einzeigen lassen? Äh, Menü. Nächstes Upgrade, ne, 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 ne. Äh, halte den Tunnelgräber auf. Befreie die Wissenschaftler und halte... Okay. Ne. Ich glaube, das ist doch nochmal ein richtiges Level. Sieht nach einem Aufzug aus, irgendwie. Gucken wir mal. Aber es wird ein normales Level sein. Aber es ärgert mich jetzt wirklich ein bisschen mit dem Schadensziel, ne? Wenn er das jetzt nicht erreicht hat. Ja, okay. Ui, ui, ui. Fuhise. Okay, wir brauchen doch nicht einzufrieren. Das geht auch so, so wie man sieht. Ich gebe doch einfach eins grausam Todes, Mensch. Okay, je öfter ich schlage, umso mehr Schaden mache ich natürlich auch. Nein, komm, wir hören jetzt hier auf, bevor ich mich jetzt hier wieder drin verliere. Ja, wir haben jetzt eigentlich nur noch zwei Level, äh, die wir machen... Beschütze die Wissenschaftler, Reborn, ist okay. Nieden und Schrauben, eiskalter Kampf. Mechanisches Chaos. Ja, eigentlich nur noch zwei Level, die wir machen müssen. Einmal, äh, der Korumpierer natürlich befreiert die Wissenschaftler und halte den Tunnelgräber auf. Und dann kommt schon der letzte Endgegner, nämlich besiege den Tunnelgräber. Ähm, deswegen, ich habe eigentlich gedacht, wir schaffen das heute vielleicht noch, aber es ist trotzdem echt ein mega gutes Spiel, vom reinen, äh, durchspielen, ja. Klar, wir haben ja natürlich noch ein paar Sachen, ich werde jetzt auch gleich nochmal direkt im Anschluss mal schauen, wie wir hier die restlichen Level freischalten können. Also wir haben ja nochmal so ein paar Missionssachen, also sind jetzt nochmal dann quasi neun Missionen, die wir dann auch spielen können. Die würde ich dann nämlich auch gerne machen. Ähm, ob es da irgendwas mit den sekundären Zielen zu tun hat, oder ob es was damit zu tun hat, äh, wie viele von den geheimen Sachen wir gefunden haben von diesen Bonusgegenständen, kann ich jetzt nicht sagen. Ich kann mir vorstellen, dass einer hat vielleicht was mit den Geheimnissen, beziehungsweise mit der Galerie zu tun. Das andere mit den Missionen, nur was jetzt was macht, weiß ich nicht. Und abhängig davon, ähm, wenn es irgendwas bringen soll, dass ich hier die sekundären Ziele alle schaffe, äh, würde ich das auch schon mal offscreen soweit machen wollen, zumindest jetzt schon mal bis hier, äh, so dass wir beim nächsten Mal dann die beiden Missionen noch machen können. Vielleicht dann hier auch schon mal die ersten Bonusmissionen machen können, und dann bei der übernächsten Aufnahme, dann ich mich noch um die letzten beiden Level kümmere mit den sekundären Zielen und dann auch die letzten Missionen machen kann. Gut, ja, auf jeden Fall, macht trotzdem noch Bock, auch wenn jetzt die letzte Mission ein bisschen blöd war. Ähm, weil irgendwie offensichtlich das Spiel nicht wollte, dass ich da weiterkomme, obwohl das Spiel das eigentlich hätte wollen müssen, oder hätte machen müssen. Aber ist egal, wir haben das Level jetzt im Endeffekt doch geschafft. Und ja, es macht auf jeden Fall immer noch Spaß, klar, ne. Also, ein paar Gegner sind halt nervig. Gut, da kann man einfach den ganzen Tag draufkloppen. Es ist auch fair genug, das Spiel, also auch von den Checkpoints, wenn man mal sterben sollte, ne, oder auch von dem, was die Gegner abziehen, äh, dass man jetzt nicht unbedingt direkt immer, äh, ja, komplett tot und das ganze Level neu machen muss. Deswegen, das kann man verkraften, ne, dass da vielleicht so ein paar Designentscheidungen nicht so gelungen erscheinen, zumindest. Aber, äh, ja, im Großen und Ganzen, ey, es macht Bock. Cooler Koop-Titel bisher. Äh, kann ich mir wirklich halt auch richtig gut vorstellen, hätte ich das vor 10 Jahren, äh, okay, vor 10 Jahren, nicht, auch vor 15 Jahren, vor 20 Jahren gespielt. Gut, vor 20 Jahren warst du noch nicht draußen. Einigen wurden es auch 15 Jahre. Ne, hätte ich echt Bock drauf gehabt, wenn ich das immer aus der Videothek ausgeliehen hätte. Ich habe damals echt immer viele Koop-Spiele gesucht, äh, um die mit meinen Kollegen zu zocken. Und, äh, also ich hatte ja vor allem einen Kollegen, mit dem ich sehr viel Koop-Spiele gezockt habe. Aber auch immer Coach, äh, also Coach-Koop, ne. Das heißt, ich saß neben mir und wir haben die Scheiße durchgedaddelt. Und, äh, ja, das wäre eigentlich auch voll geil gewesen. Also, da hätten wir uns damals richtig, da hätten wir richtig Spaß damals mit gehabt, glaube ich. Oh, und jetzt hängt sich die PS2E auf. Wie schön. Okay. Gut, dann beendet die jetzt die Aufnahme. Ja, sehen wir uns beim nächsten Mal dann hier wieder, äh, wenn wir uns dann den nächsten, oder den letzten beiden Level widmen werden. Und, ja, mal gucken, wie wir durchkommen werden. Mal gucken, wie lange wir noch brauchen. Und mal gucken, wie ich was freischalte. Gut, also, ne, dann, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.